Don, oh Gott, ey Leute, seid mir nicht böse, gell? Ich habe euch vorgewarnt, wenn das jetzt zu sentimental wird, schalte ich ab. Es gibt genug RL sentimentale Dinge, das brauche ich im Ingame nicht, nur dass ihr Bescheid wisst. Herzlich willkommen zu Best Month Ever Demo. Das war's für mich. Ich war acht dann. Mein Mann hat den Tag und studiert. Sie war bereit, uns zu geben, uns eine bessere Zukunft. Ich habe mich überrascht, weil ich nicht mehr als eine Bördung war. Wir wussten nicht viel über uns dann. Sie nicht sagen, ich nicht sagen. Aber es hat sich alles verändert, das Sommer aus 1969. Mom found out she didn't have much time left. That's when she told me we'd have to find a new home. She didn't mention it was only for me. Wait for me in the car. Gonna be long, Mom. Ach so, wir sind dran. Äh. Wird das lange dauern? Depends how long it takes to convince Mr. Hutt to pay me. I don't like him. Nobody does. Can I come with you? No, Baby. Gotta do this alone. Okay, Leute. Also, Summer of 69. Die Mutter ist leider krank geworden. Und sie sucht jetzt für ihn ein neues Zuhause, weil sie wahrscheinlich bald sterben wird. Das ist alles so depressiv schon wieder. Ähm, so. Und sie will jetzt da reingehen, ihr Geld holen und der Junge muss im Auto warten. Wisst ihr Bescheid? Ja, das ist doof gemacht, Battle-Docke. Ja, ja, das wissen wir auch. Okay. Das soll erst kommen, Sam. Also, dann müssten wir es einfach mal ausprobieren. Mal kurz offline ausprobieren, ob wir Mudrunner zusammen zocken können. Und dann können wir es ja auch im Stream dann spielen. Baldra, moin! Feierabend! Mitch's Charakter. Game choices change Mitch's personal characteristics. Also, wie wir uns entscheiden, tut den Mitch verändern, ne? Oh Gott. Und dann wird er dementsprechend ein guter Erwachsener oder ein Arschlo. Ging um Snowrunner. Ja, 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 ja. Ja, aber kann ja auch bei Mudrunner nicht funktionieren, ne? Sehr schön, Baldra. Mega! So, dann. Ah, okay. Also, je nachdem, wir haben hier oben ja verschiedene Geschichten am Laufen mit Sam. Links oben, ne, wenn ihr seht. Und wenn man da drauf guckt, je mehr rot es ist, umso mehr krimineller ist er. Ja, und je grüner er ist, umso, umso, äh, wie sagt man denn? Normal ist er. Brav ist er. Ja? Ja, aber das passt ja ganz gut, Sam. Wir haben ja jetzt 22 und jetzt spielen wir erstmal Mudrunner. Und wie gesagt, wenn Mudrunner klappt und das kommt jetzt auch 22 für Snowrunner raus, dann passt's ja. Mit Snowrunner fährst du besser. Die Spiele kann man wahrscheinlich auch nicht so gut miteinander vergleichen, Sebi, ne? So, alles klar. Wir wissen Bescheid. Dann, das bedeutet, wie sehr er sich wehren kann. Gewinn. Und das bedeutet die Beziehungen zu anderen Menschen, ne? Ob er gute Beziehungen hat oder eher schlechtere. Oh Gott. Also im Moment ist die Beziehung eigentlich recht gut. Relations. Positiv. Können wir auch jemanden steuern? Können sie jetzt wahrscheinlich steuern? Kann ich hier mit den Tasten irgendwas machen? Nö. Sie geht da jetzt rein. Und wir warten im Auto. Luis? Good to see you, Honey Bunch. Got your days mixed up? It's my shift today. Sollen wir direkt sein? Sollen wir eher mit dem alten Mann sprechen? Oder mit der Bedienung? Na, sie kommt rein und sagt, äh, was ist denn jetzt hier los? Ich hab doch eigentlich Schicht. Wieso stehst denn du da jetzt, ne? Ich kleb alles. Hab dich gewahrt. Wollen wir direkt sein und sagen, hier, äh, bitch, äh, move? Oder wollen wir, nee, wir sprechen mal, wollen wir mit dem alten Mann sprechen? Wollen wir nett sein? Nee, wir sind, wir sind nicht direkt, oder? Wir sind, wir sind nett. Wir sind nett. I can't just say goodbye, Betty. What? You're leaving? Ja, wir sagen goodbye. You're leaving. You should do the same. Explain. Äh, pfff. Ich glaub, wir sind ja keine Rechenschaft schuldig. Wir sagen jetzt einfach, ja, du würdest das genauso machen wie wir. Enough ass laughing for me. I do the same if I were you. I envy you. What? Your guts. It's not guts, Betty. It's a fear of wasting my life in this hellhole. Easy for you to say, but I've got a husband to take care of. Foss around? In the can. With a girly mug? It'll be a while, sweetie. Oh, I'm out of time. You know, he can't mess with Hutt when he's reading. But, you can give it a shot. Aha. Sag mal, also, ist es ein Point and Click? Anscheinend hier. Jetzt können wir also weiter mit dem reden. Wir können auch mit dem Mann reden. Aber wieso sollten wir das tun? Gucken, ob wir da hinten hingehen können. Können wir weiter mit ihr sprechen, oder was? Müssen wir das machen? Das können wir nicht anklicken. Das können wir auch nicht anklicken. Anscheinend müssen wir noch mal mit dir reden. Können wir uns helfen, Betty? Sure. What's up? The boss owes me 85 bucks. Overtime? Yeah. Can you take it out of the register? No, I can't do that. Okay. Er schuldet uns ja Geld. Wir müssen ja noch Geld bekommen. Und sie will uns jetzt das Geld nicht geben. Marco, vielen, vielen lieben Dank für dein Prime Sub. Und damit herzlich willkommen bei den Zockersuchtis. Mega. Vielen, vielen lieben Dank. Herzlich willkommen bei uns. Ganz viel Spaß mit den Emotes. Und hallo und herzlich willkommen. Was soll ich noch sagen? Begrüßt alle, einen neuen Zockersuchti. Mega. Herzlich willkommen, Marco. Dankeschön. Auch herzlich willkommen im Chat. Dankeschön, dankeschön. Eine neue Zockersuchti. Feierei. Mega. Jammer, Sam. Okay. Also sie sagt, sie kann uns aber das Geld nicht geben. Wir bestehen aber darauf. Er tötet mich, wenn ich dich bezahle. Warum sollte er das tun? What if I take it? Don't do it to me, Louise. Okay. I'll wait till he's out of the can. Also wir warten doch auf ihn. Jetzt müssen wir mit ihm sprechen. Mit dem älteren Mal. Mom. The war messed him up a bit. And he ended up like most of the vets. In a dive bar. So you're leaving us, honey. How'd you guess? Your eyes? You're already gone. I'm gonna miss you, old timer. I'll miss you too. Thanks. Oh, sie werden sie vermissen. Ja, her mit der Kohle. Her mit der Kohle. So, wieso kann ich da nicht hinlaufen? Kann ich irgendwie meinen Bildschirm irgendwie besser drehen oder sonst irgendwie was? Nee, kann ich nicht immer, ne? Kann ich mich irgendwie hier so noch so ein bisschen bewegen? Nö, kann ich auch nicht. Hier kann ich auch nicht dran gehen. Hier auf dem Boden. Die bewegt sich aber auch nicht. Die besteht jetzt auf ihr Geld. Die bleibt jetzt so lange stehen, bis nichts mehr geht. Ja, mach erst mal Kaffee. Muss ich nochmal auf die Options gucken oder was? Nee, da steht ja auch nix. Ich weiß ja nicht mal. Ach, jetzt willst du wieder... Ach, die war wahrscheinlich verbuggt, ja? Ach, die war verbuggt. Knock, knock. Knock mal. Knock, knock, knock. Taken. Kannst du sie? Ich kann sie, hear und smell. Wyatt und Billy, die Bikers. Wenn not hogging the road, they sit hier. Bending the elbow and hitting on waitresses. Ich wollte sie wie sie. Hi, Louise. Did I hear it right you're quitting? Stimmt es, dass du gehst? Ja. Ja. What's next? Wir sagen dir nicht die Wahrheit. Es hat dir nix anzugehen. I figured it's time to hit the road. Hell yeah. I always knew you'd get it, Lou. Saddle up with us. Easy now, Wyatt. Hold your horses before you fall off. Yee-haw. Those guys were wild, but harmless. Just wanted to be free. I heard they were killed by a big rig a year later. Oha. Die sind getötet worden nach einem Jahr. Boring. Langweilig. Turn the radio on. Das ist doch eine gute Musik. Wir sollen jetzt aus dem Auto raus. Aber wir sollen doch warten, hat die Mama gesagt. Komm, egal. So, mal gucken, was wir alles machen können. Wir können jetzt nur da reingehen und stehen jetzt nur diese Möglichkeiten. Oh. Nee, wir bleiben mal stehen. Mal gucken, was der Mann jetzt macht. Oh. Er hat was fallen lassen. Grab the money. Talk. Hello, Mitch. Return the money. Na klar, wir geben nur das Geld zurück. Oh, du hast fünf Dollar verloren. You're a good boy. Take care of your mother. She'll need it. Ja, den alten Mann bestehen wir doch nicht. She looks like she's having great fun. Take my word for it. Oh, almost forgot. Got something for you. Oh, er hat was für uns. Was denn? Oh. Ein Feuerzeug. 19.2.45. US Army. Iwo Jima? Old times. I hope it comes in handy on your trip. So cool. Thanks. Oh, wir sind so süß. Mitch Decisions. Ja, das haben wir ja schon gemerkt. Go find your mother. So, jetzt müssen wir unsere Mutter erfinden. Hallo, Mistress. Servus. Schön, dass du vorbeischaust. Sag auch mal Hallo. Auf euch geht's gut. Ja, klar. Und bei dir? Alles gut? So, jetzt müssen wir unsere Mutter erfinden. Gucken, was wir hier machen können. An dem Fenster hier. Look through the window. Das machen wir auch. Oh Gott. Oh Gott. Es war nicht gut, dass wir das sehen, glaube ich, gleich. Was machst du zum Teufel noch hier? Du arbeitest hier nicht mehr. Ja, Mann, Alexander. War in Ordnung, oder? Oh, der will uns für die letzten zwei Wochen nicht bezahlen. Oh, oh. Oh nein, irgendwas passiert jetzt gleich. Oh nein. Achso, Lissan, du bist. Das hat mich hier nur geändert, weil so viele meinen Namen an Don falsch ausgesprochen haben. Das hat ein wenig genervt. Außerdem schütze ich ja so auch etwas meine Privatsphäre, wenn ich meine Ellen nicht so offensichtlich trage. Achso, okay. Aber ich nenne dich jetzt noch so, oder? Lissan. Oder soll ich dich auch Mistress nennen? Dass du anonymer bist. Echt, es gibt Gewitter? Bei mir scheint hier gerade voll die Sonne. Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich hier mein Fenster zuhängen müssen, Alexander. Wenn du es dir merken kannst. Na klar kann ich das. Ich muss es nur einmal aufschreiben. Wo ist mein Zettel mit den ganzen Namen, die ich hier schon drauf habe? Wo seid ihr denn? Alles klar. Ja, super Battle Dogge. Genau, bei dir scheint auch die Sonne. Das ist schön. Aber ich werde gleich aufstehen müssen. Ich werde hier gleich... Na, jetzt geht es gleich los. Ähm. Oh Gott, das gibt gleich echt Stress mit denen. Post jetzt. Hast bestimmt zu mir geschickt. Ja, Mann, Alexander. Ne Pfahl scheint die Sonne. Geil. Ähm. Jetzt will er noch mit uns handeln, ne? Alles klar, Christian. Ja, ja, klar. Klagen, wenn. All I want is what you owe me. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Your lack of ambition won't get you very far. You won't even hear my offer. Ich würde nope sagen. Wir sagen auch no. Wir bleiben hart, ne? Battle Dogge. The dough, Mr. Hutt. How about 200? No, thanks. Just pay for my work. You're making me mad, honey. I know your type. Playing hard to get. But really, you put out for anyone, anywhere. Right then, I only wanted my mom to get out of there. Then you're birthing those little bastards nobody wants. Your choice. But you still owe me 150 dollars. Wir lassen uns nicht provozieren von ihm. Are you done? Then please give me my pay. Ah, last chance. 250 dollars. Okay, bei Cold Revenge ist es plus Gesetz minus Ja, das machen wir. Wir machen Cold. 250. Yeah. I told you we'd make a deal. Ja, es ist schwierige Entscheidungen, ne? Man will ja auch nicht mit den... Take a good look, honey. That's what a real man looks like. On the other hand, you're not too bad. I knew you'd like it. For starters, come over here. I've got a better idea. Let's play Take the Sucker's Clothes. You slut! So, how did it go? Genau, wir nehmen uns jetzt einfach unser Geld. Das war unerwartet, aber echt. Wir behalten das Geld. Oh, ja. You fucking bitch! Pssst! I'll fuck you up! No, pssst, pssst! Ah! Oh! Oh! Jetzt kommt er! What the fuck? Get the fuck out of my joint! Hey Wyatt, is it just me or is Fatso asking for it? Nah, Billy. It's not just you. Chuck Norris is on the start, Leute. Thanks. Chuck Norris, kämpf für uns! Oh, die müssen wir's jetzt nicht machen. Mitch! Mom! Is it true what Mr. Hut said? That nobody wants me? Is that why we're leaving? What? No, Hut is a bad man and he's talking nonsense. But his karma just caught up with him. What's karma? Karma is a bitch. Oh, die rangeln da drin. Karate. Where did you get this lighter? It's Iwo Jima. Got it from Alvin. Can I borrow it for a sec? Wait for me in the car, okay? Wir tun doch jetzt nicht das Auto on fire machen. Chuck Norris mit dem Schnorris. Echt wollen wir das machen? Wir müssen's machen, ne? Nicht das Auto! Oh, die Mutter, die Mutter geht aufs Ganze. Wir sind hart. Die Mutter geht aufs Ganze. Fahr weg! Mitch, I promise you. This will be the best month ever. This will be the best month ever. Oh Gott, sie haben ihren letzten Monat zusammen jetzt, ne? Oh, oh, das ist nicht gut. Stimmtisch. I'm sorry, kid. I don't know how to explain all this to you. All I wanted for you was to get to know your family and that was the stupidest thing I could have done. It wasn't supposed to end like this. Did that priest ever hurt you? Yes. He did. Mom stopped talking and I was afraid to ask. It's good we didn't stay there. We'll manage. You and me. What kind of place is this? You like it here? I guess so. I used to come here when I couldn't stand home anymore. It was my asylum. What's asylum? A place where you can hide from the whole world. Are fish here? Used to be. Go, find out for yourself. Okay. I'll look for bait worms. There's a shovel in the car. I'll find some firewood. Danke, Alexander, für die Pfalz-Limo. Würdet ihr hier übernachten wollen? Das ist ja schon sehr idyllisch, ne? Jetzt rennen wir aber ganz schön weit weg hier von der Mom. Ah, nee, nee, nee. So weit weg gehst du nicht, Junge. Gehen bei mir wieder alle Alarmglocken an. Schönes Fleckchen, ne? Ja, ist schön, ne? Aber hier nachts weiß ich nicht. Nein, es geht nicht zu weit in den Wald. Was ein bisschen von Mücken gefressen werden mag wie wieder jeder. Also, wieso kann ich denn das hier anklicken an dem Auto? Was ist denn hier? Open. Take, ne Schaufel, oder was? Achso. Jetzt muss ich so kleine Würmchen finden, oder was? Ja, Maria. Ich habe erst mal die Gegend erkundet. Kennst mich doch. Dick for Worms. Take. Earthworms. Bell dim. So, ein Regenwurm gefunden. Wir graben hier nochmal. Nochmal Wörmsche. Earthworms. Bell dim. Die Mutti-Alarm-Glocken sind das. Ja, ja. Ist so. Die Mutti-Alarm-Glocken, Leuten. So, nächstes Wörmsche. Ich gehe jetzt fischen. Okay. Jetzt brauche ich doch noch die Angel. Start Fishing. Alright. Och, der alte Alvin hat ihm alles beigebracht. Okay. Oh, er hat ihm, er hat ihm, er hat ihm alles beigebracht. When I was your age, my dad, your grandfather, would take me here. Päddichen, mach's gut. Bis Donnerstag. Ja. Pass auf dich auf. Just didn't come home? Just like that. He was gone and I never saw him again. Vater ist einfach abgehauen. Ach, der Grenfader. Willst du mir was machen? Ach so, ich muss klicken. Bäh. Oh. Let's catch another. Alles klar, wir machen noch einen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich muss jetzt zur Arbeit. Habt noch viel Spaß. Dankeschön, Maria. Pass auf dich auf. Bis Donnerstag. Nein. Du musst dir ruhig warten, bis der Fisch in die Böde interessiert ist. Wenn du eine Böde fühlst, du musst dich schütteln. Dann beginnst du sie in. Töne es. Oh. Soll die Mutter angeln. Oh, es kommt und calls her. She's so huge. Push the button. Dinner time. Can we roast them over the fire? Sure, kid, but we need to gut them first. Did you do that with Alvin? We always let them go alive. We always let them go alive. Mitch should kill the fish. Allow Mitch not to kill the fish. Soll er den Fisch töten? Die müssen ja was essen. Oder sollen wir es tun? Ich weiß es nicht. Ich meine, eigentlich würde ich sagen, ich mache es. Aber dadurch, dass die Mutter in einem Monat stirbt und er es auch selber machen muss in einem Monat, das hört sich jetzt ein bisschen brutal an, muss er es ja lernen, ne? Was sagt denn ihr? Das sind immer dann so schwierige Entscheidungen. Ich glaube, ich würde dann in dem Moment sagen, mach du es. Aber das ist dann, Beziehung ist dann Minus, ne? Ne? Battle Dogge, gell? Marion, ne? Ich soll es eigentlich machen. Also wenn es der Mitch macht, dann ist es plus Verteidigung, oder wie man es sagen würde, Minus Beziehung. Wenn ich es mache und er den Fisch nicht killt, ist unsere Beziehung ein Plus. Aber er ist dann natürlich auch verunsichert vielleicht oder so, ne? Gehört er zu? Ja, es ist schwierig, ne? Weißt du was? Abstimmung? Ne, ich entscheide mich dafür, dass er nicht den Fisch killt. Ich weiß es nicht. Irgendwie ist das eine komische Geschichte, oder? Ich meine, selbst wenn die Mutter in einem Monat stirbt, wird er, denke ich, in seinem Leben nicht oft die vielleicht Möglichkeit haben, irgendein Tier zu töten, um zu überleben. Muss ja nicht unbedingt sein. Von daher muss man es auch nicht unbedingt können. Oder? Der Kleine kauft dann halt vegane Fischstäbchen, statt die armen Fischi zu killen. Richtig, Prinz. So, genau so sehe ich das auch. Wir machen nein. Er killt ihn nicht. Okay, I'll do it. You start the fire. Genau, mach du das Feuer an. Ich töre den Fisch. Mach du das Feuer an. Als ob ich nem 8, oder wie alt ist der Junge denn? Genau, mach du doch mal das Feuer an. Set you up on fire. Verstehst du? Er geht so Aldi. Aber es kann er gut, guck. Das kann er. Oh, sieht das schön aus. Ich wusste nicht, dass ein Campfire Fisch so gut schmeckt. Wir machen ein gutes Team. Wir könnten einen frischen Fisch-Jointe öffnen. Du fischst und ich fischst und den Kunden servem. Was würden wir dieses Ort nennen? Ein Campfire Fisch. Oh, Mom. Warum nicht? Ein einfach und klar. Hast du einen besseren, Champ? Ich mache es. Mitch und Luise. Oh. Damn. Ich mag es. Sie machen einen Fischladen auf und nennen es dann Mitch und Luise. Ich warte, dass du, um dich zu cremieren, um zu erzählen, was du sagst. Stimmt es. Aber ich bin fast aufgewachsen. Fast. Manchmal denke ich, dass es mich, die zu cremieren sollte. Du bist noch jung. Du hast Zeit für das. Oh. Oh, die Glühwürmchen. Fireflies. Never seen them before? They're everywhere. You want to be a grown up, but you don't know about fireflies. Well, you didn't know how to fish. Ha, ha, ha. Der kann sich gut werden, der Kleine, ne? Let's play a game, I used to always beat your grandpa in. Whoever catches the most fireflies into a jar wins. Oh, wir müssen fireflies jetzt in the jar finden. Äh, flies. Also ihr wisst, was ich meine. Das muss ich machen. Komm, run. Catch. Junge. Catch. Du sollst nicht dran vorbeireden. Catch. Catch. Wir müssen jetzt die Fireflies jagen. Ja, das ist ein bisschen schwierig. So, die haben wir auch gecatcht. Drei von fünf. Ach, da haben wir auch noch eins zum catchen. Catch. Und catch. Haben wir geschafft. How many did you get, Mom? I only caught a few. Ha, ha. I won. Ich hab gewonnen. I got so many more than you. The students surpassed the master. Dankeschön, Baldrung, fürs Rührein. Lecker! Find Louise Tree. Ja, die Glühwürmchen gehen leider immer mehr zurück, Alexander. Die haben gemeldet durch die Lichter, die wir im Garten haben. Ne? Weil der Garten ja immer so beleuchtet ist, auch nachts, dass die Glühwürmchen dadurch ganz schön verwirrt sind, ne? Und da gehen die dann zurück. Die finden sich nicht. Und dann, und dann, ja. Können sie sich nicht vermehren. Ich glaub, das war's. Das ist schon mal nett, ihr Baum gewesen. Luises Tree. Da war doch gar kein Baum mehr, oder? Och man, kleine Kinder denken immer, dass man sie hasst, wenn sie, ne? Och Gott, das ist immer so traurig. Das ist vielleicht ihr Baum. Hier ist doch ein schöner Baum. Oh, jetzt geht's hier hoch. Mom, how will we find that tree? I carved the letter L on it. An adventure! Yay! Ein L ist eingeritzt. Oh, jetzt wird's, jetzt geht's irgendwie aber rund. Hier! Hier können wir Lucky Lucky ihn machen. Look! Da ist kein L dran. There's nothing here. I don't see anything either. Dann gucken wir mal an dem Baum. Da ist auch nichts dran. There's nothing here. I don't see anything either. Das müsste es sein, oder? Oh, da! Da ist ja das L. Ha! There's nothing here. I got it! I got it! I wonder what's in the letter. I don't even remember. Let's get back to the fire. Die haben jetzt einen Brief gefunden. Den lesen sie jetzt. Erstmal ne Dose. The Dose. Oh, je. Äh. Na, ich na. Ja, ich würde gerne es öffnen. Moment. Richtig, wir brauchen Eier. Wenn wir nachts durch den Wald laufen, ist was los. Ich sag's euch. Oh, Leute. Gleich hab ich's. Das kann sich nur um Stunden handeln. Ah! Da war's gerade gewesen. Ist das normal? Ja, wenn ich denke, jetzt komm ich dran. Das ist nicht lustig, hör auf zu lachen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nein. Nein. Komm schon. Doch, ist lustig. Ich schmeiß die Dose gleich ins Feuer. Ja. 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 Thank you so much and I'd like to be with you. Mom says that I'm a liar and that you left because of me. I didn't lie. Grandpa and Mom are very mad at me. I don't like some either. Please come and take me away. If I knew where you were, I would run away to be with you. I love you very much. P.S. I don't know where you are now, so I can't send you this letter. I'll put it in a secret place and when I know your address, I will send it to you. Your little Lou. Did you try to find Grandpa? No. I was dreaming that he would come back for me one day. But he didn't come. When I was 17, I ran away on my own. By then, I was already angry with him for leaving me with them. Where is my dad? I don't know where he is now, but a while ago, we would have probably found him in some bar. He was a vet, like Alvin? No, but he played the trumpet beautifully. Is that why you bought me a trumpet? You wanted me to be like him? Yes. I'm going to show you something now. When I was little on starry nights, we would lie down with your grandpa by the fire. And connect the stars into our own constellations. Want to try? Mm-hmm. Sie hat immer gehofft, dass der Opa wiederkommt, weißt du? Und dann ist sie irgendwann selbst gegangen. I see a bird. Sie sieht einen Vogel. Where? Ach du heiliger. Nein, bitte nicht. Geil, Alexander. Ah, jetzt sehe ich den Vogel auch. Ja, ja. Was sagt er? Was sagt er? Was sieht er? It's a heart. It's a heart. So ein Blitz sein. Ah. That was cool. How was mine? He was cool, too. What do we do now? Now we go to sleep. And tomorrow morning we'll pay my good friend a visit. Also jetzt wird erst mal geschlafen am nächsten Tag. By the fire, I began to understand what it means to be a grown-up. We were like two people who've been deprived of something in childhood. Right then, I understood that the void I felt was about missing my father. But how can you miss someone you don't know? Wie kann man jemanden vermissen, wenn man ihn nicht kennt? Das war's schon! Give me the fun! Okay. Okay. Kleing yourself! Tie on! 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 Untertitelung des ZDF, 2020